Die deutsche Rockband Böse Onkels hat einmal ein Lied herausgebracht, das heißt Schrei nach Liebe. Und so kommt mir manchmal auch ein bisschen die Chefin der NEOS vor. Die Frau Beate Meindl-Reisinger hat erst gestern wieder für Aufsehen gesorgt, indem sie die FPÖ und ihre Wähler wüst beschimpft hat. Kurz zuvor ist sie noch im Bikini in den Attersee gesprungen. Also sie tut offensichtlich alles, um irgendwie medial aufzufallen. Das Einzige, was sie nicht macht, vernünftige politische Ansagen und Inhalte zu transportieren. Und da möchte ich auch noch auf einen weiteren Bereich der NEOS verweisen, der mich gestern irgendwie nachdenklich gemacht hat. Das ist die Kausa rund um den Ibiza-Detektiv Julian Hessenthaler. Da ist es nämlich so, dass der heute in St. Pölten vor Gericht steht, weil hier eine mutmaßliche Drogenkriminalität zur Debatte steht. Konkret soll Hessenthaler 1,25 Kilogramm Kokain gedealt haben. Das wird heute im Landesgericht in St. Pölten besprochen. Und das würde ja per se einmal alles soweit klar sein. Wehren da nicht die NEOS und die eine oder andere lustige NGO, die gestern mit einer ganz anderen Meldung für Aufsehen gesorgt haben. Und zwar haben sie allen Ernstes behauptet, dass es unglaublich ist, diesen Julian Hessenthaler jetzt wegen seiner mutmaßlichen Drogendelikte vor Gericht zu stellen, weil das schlussendlich ja auch Schaden insofern bringen könnte, als dass sich niemand mehr traut, ein Whistleblower zu sein. Ja, ich habe auch geschaut, wie ich das gesehen habe, was diese Herrschaften da gefordert haben. Also allen Ernstes, man darf niemanden wegen Drogendelikten verfolgen, die er mutmaßlich am Kerbholz hat, weil er Whistleblower ist. Selbst wenn der Herr Hessenthaler Whistleblower wäre, und glauben Sie mir, das ist er nicht, der Herr Hessenthaler ist aus meiner Sicht eine Person, die überlegt hat, wie sie rasch zu Geld kommt, hat eine Videofalle konstruiert, die sie durchgesetzt und wollte schlussendlich dann mit seinen Freunden und mit seinem Netzwerk dieses Video auch zu Geld machen, was möglicherweise auch gelungen ist. Das ist kein Whistleblower. Ein Whistleblower ist jemand, der aus dem Inneren einer Organisation Informationen an die Öffentlichkeit bringt, wenn vielleicht irgendwo was schiefgelaufen ist oder wenn hier wirklich massive Kalamentäten aufgetaucht sind, aber alles das hat der Herr Hessenthaler nicht gemacht. Er hat auf der einen Seite ein Video produziert, über das man trefflich streiten kann und auf der anderen Seite hat er zumindest den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zufolge über ein Viertel Kilo Kokain gedealt. Und ich denke, das muss man jetzt mal wirklich massiv auseinanderhalten und auch wenn der Herr Hessenthaler vielleicht der Säulenheilige des einen oder anderen linken Träumers ist oder der einen oder anderen linken NGO, weil er eine rechtskonservative Regierung zu Fall gebracht hat mit seinem Videomachwerk, möchte ich trotzdem einfordern, dass natürlich Drogendelikte auch weiterhin keine Kavaliersdelikte sind und gerade in dieser Menge, also da gibt es ja auch eine ordentliche Straftatung, denke ich ist das mehr als verfolgungswürdig, was dem Herrn Hessenthaler da angelastet wird und natürlich muss man ihn, sollte er das gemacht haben, natürlich auch zur Rechenschaft ziehen. Ich möchte nur darauf verweisen, also all diese Menschenrechts-NGOs und linken Politiker, die hier sich sozusagen für den Herrn Hessenthaler gerade machen, sollten doch noch eines im Hinterkopf mitdenken. Drogen zerstören Menschenleben, Drogen zerstören Existenzen und Drogen zerstören auch Familien. Und das ist der Grund, warum wir eine sehr restriktive Drogengesetzgebung hier in Österreich haben und warum gerade dieser Bereich natürlich auch entsprechend im Fokus von Ermittlungen stehen muss und warum man natürlich auch hier entsprechende Strafen aussprechen muss, wenn es nachweislich zu Drogenhandel gekommen ist. Das heißt, liebe Menschenrechtler, noch einmal ein bisschen nachdenken, bevor wir das nächste Mal den Mund aufmachen. Ein Drogendealer kann nicht zum Säulenheiligen abgestempelt werden, zu einem Whistleblower verkleidet werden, der er gar nicht ist, sondern Drogen sind Drogen sind Drogen. Der Herr Hessenthaler hat sich in einem Milieu bewegt offensichtlich, wo das Gang und Gebe war. Dem muss man jetzt nachgehen. Natürlich gilt die Unschuldvermutung, aber nichtsdestotrotz bin ich gespannt, was schlussendlich dann herauskommt, wenn diese Verhandlung vorbei ist, wenn ein Urteil gesprochen wird. Ja, und vielleicht hat dann der Säulenheilige der Linken in diesem Lande schon einmal den ersten Kratzer, weil es ist ja dann doch nicht so angenehm, wenn dieser angebliche Schöngeist Julian Hessenthaler, der nur politische Interessen verfolgt hat, dann schlussendlich einmal mit einer sehr, sehr deutlichen Haftstrafe wegen Drogenhandels in den Bauwandert.